Der Philips SpeechLife Spracherkennungs-Service ist die ideale Lösung für eine schnelle und effiziente Umwandlung Ihrer Sprachdatei in ein Textdokument. Als SpeechLife-Nutzer erhalten Sie jeden Monat bis zu 10 Spracherkennungsminuten gratis. Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie mit einem aktiven SpeechLife-Konto angemeldet sein. Nachdem Sie Ihre Aufnahme beendet haben, tippen Sie auf das Teilensymbol und wählen Sie Spracherkennung aus. Im Aufnahmentab sehen Sie den Status hier des Dokuments, wenn es gerade vom Spracherkennungs-Service bearbeitet wird und wenn es fertig ist. Das fertige Dokument wird an Ihre Audioaufnahme angehängt. Anschließend können Sie das angehängte Dokument mit einer entsprechenden App auf Ihrem Smartphone öffnen. Das fertige Dokument mit dem mines